Hallo, Sportsfreund. Deine Hände zittern. Maus, noch. Komm, hier. Zwei. Fünfundsiebzig. Ab in die Tasche damit. Spürst den Atem des nervös werdenden Senators in deinem Nacken. Komm, das ganze Leben ist ein Spiel. Komm, am Ende fährst du Cabriolet bis zum Strand und hast ein Riesenglas Nutella dabei. Und, und, weißt du was noch? Was noch? Da hinter dem Strand ist ein Hügel und der ist ganz weich. Und, da wachsen die Fotzen an Bäumen. Alles ist aus Zucker gemacht. Glaub mir, die Straßenschilder sind aus Mars und Snickers gemacht. Und alles kannst du haben. Denn der Bürgermeister ist sehr nett und ihr seid gute Freunde. Nein. Wir treffen Welten aufeinander. Deine Leidenschaft will Wagnis, Bewusstlosigkeit und volle Hingabe. Da kannst du auf kein Cabrio sparen. Müssen die Nutten das Nutella alleine essen. Du willst ein Maus. Spotz, Freund, jeder ist seines Glückes Schmied. Hier kommt fünf Mark. Fünf Augen. Sieben Mark. Sieben Mark. Zwanzig. Bitte sehr. Wie viel Erfolg kann ein Mensch ertragen? Komm, ein neues Spiel. Komm, noch ein Spiel. Komm, komm, noch ein neues Spiel. Komm, wieder hat der Senator Blut geleckt. Sitzt ihr auf dem Rücken, die Zügel in der Hand und bläst zum Marsch. Wer nicht wagt, gewinnt nicht. Spiel mit. Spiel gut. Spiel gut. Alle machen mit. Alles ist verschwommen. Komm. Rien ne va plus. Das neue Spiel. Okay, Baby. Komm, Spiel mit. Zeig mir, was du drauf hast. Hallo, Spotz, Freund. Hallo, Spotz. Jackpot oder Haushaltsauflösung. Kanone. Du zockst wie blöd. Zwei zwanzig Cent. Gut siehst du aus. Unverwundbar. Komm, gewinne. Gewinne. Die Lichter flackern wie im Krieg. Gewinne. Sei dabei. Alles ist drin. Du kannst es schaffen. Es ist ein Untergrundlabyrinth. Und am Ende kriegst du eigentlich eine Freundin. Komm, spiel mit. Jackpot oder Haushaltsauflösung. Es gibt keine Niederlage. Das Eulen ist zu Saft gebrannt. Komm. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020